Ah! Hinter mir! Ach du lieber Himmel. Wir wissen das ja, dass wir schlecht sind. Was? Wie kannst du sowas behaupten? Naja, wir sind halt noch nicht gut. Können wir uns einen Huhn halten? Ja. Echt? Wollen wir einen Käfig bauen? Bestimmt. Also kann man das da nicht rein? Keine Ahnung. Also du musst ja das Huhn auch erstmal fangen. Ja, das ist das. Mhm. Ich dachte, ich hätte hier draußen jemand gehört. Ich hab schön zwei Fleisch, hab ich uns mal gezaubert. Das hast du fein gemacht. Jee, verrottetes Fleisch. Das brauch ich. Äh, irgendwas konnte ich damit machen. Ich weiß nicht. Genau, Beete und Felder. Nitrat brauch ich dafür. Ah, haben wir noch mehr verrottetes Fleisch? Ne, wir haben schon lange keine Gegner mehr geschüttet. Puh, keine Ahnung. Das ist schlecht. Wir sind nachlässig. Was? Ja, ich mein, äh, im Sinne von, wir brauchen Essen, ne? Irgendwer hat gesagt, lass uns die Spinde dafür nehmen. Ach ja. Ja, ne. War ne doofe Idee. Parabel, also du hast ja alles reingeschmissen. Gebe ich ja zu. Äh, in unsere Wattenschublade hast du alles reingeschmissen. Ja, was hab ich da reingeschmissen? Alles. Das hat er nicht so verloren. Ach. Also geschmiedetes Eisen haben wir mittlerweile ganz gut. Das ist doch schön. Beute-Bonus. Geil. Warum willst du die nicht? Was? Ich hatte ne Glücksbrille, die gibt, äh, Beute-Beute-Bonus. Ja dann. Hab ich direkt aufsuchen. Viel Spaß damit. Hab ich. Hier bekommt man gar nichts. Wo dann? Außen an diesem Eisen. Achso, ne, der, der ist einfach nur nervig. Der ist da, um da zu sein. Warum haben wir hier ne Doppeltür? Äh, wo? Hier. Echt? Witzig. Das wäre interessant. So, wo wollen wir jetzt unser, unser Loch buddeln, damit wir, damit wir rüberkommen? Ich würde sagen, wir buddeln, dass wir uns hier so ne, so ne, wie tief muss man denn auch gehen, ne? Das ist halt die Frage. Ja. So nen richtig professionellen Gang. Ich glaube, das machen wir, wenn wir den Bohrer haben. Ja. Da drüben läuft eine. Ah, hat sich schon wieder umgedreht. Ja siehste, hier haben wir ne Doppeltür. Ist ja doof. Hab ich noch Holz? Ja, hab ich. So, dann würde ich sagen, baue ich mal eben so ein paar Stacheln. Mach das mal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich einen breiter. Es könnte langsam wieder Tag werden. Ist ja 2 Uhr um 4, weil das glaube ich hell, ne? Und dann... Ja, eben. So, wir haben jetzt 68 geschmiedetes Eisen. Was kannst du damit bauen, als Ingenieur? Noch nicht viel wahrscheinlich. Guck gleich mal. Das da reicht, wenn ich Eisen eingebe. Eisen, Schienen, Brustpanzer, aber alles noch schlecht. Äh... Eisentür! Ja, das ist vielleicht schon ganz sinnvoll, ne? Ja, definitiv. Dann nehm ich mir mal was. Eisentür. So, da baue ich mal eine. Kurzes Eisenrohr. Eisentür. Ich hab draußen mal was vorbereitet, wie ich mir das vorstelle. Ja. Unsere neue Falle. Das Ding ist, du brauchst einen anderen Ausgang. Ich? Also, wir dann. Wenn ich das so durchziehe. Oh. Achtung, da kommt einer gerannt. Ja! Was hast du denn jetzt hier gemacht? Hast du sie erwischt? Ja, Kopfschuss. Schniegel in den Kopf geballert. Aber hier geh ich doch nie raus. Also, hier zu der Tür schon, aber... Hau raus! Schlag vor! Wir sind für alles offen. Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Mhm. Also, lohnt es sich nicht, hier jetzt die Eisentür hinzubauen? Kann ich jetzt hier eine Eisentür hinbauen, oder ist das jetzt Quatsch? Guck mal, sieht das nicht geil aus? Oh, ich bin total begeistert. Das sieht richtig böse aus. Genau, das mach ich alleine, weil das so geil aussieht. Ach cool. Tag 14 kann kommen. Ja, geht los. Tag 14. Achso. Also ist jetzt die Frage, willst du questen und ich baue, oder wollen wir... Achso. Ja, alles gut. Ähm, ja, Quests sollten wir schon beide machen. Dann baue ich in der Nacht weiter. Stimmt, wir können in der Nacht weiter bauen. Brauchen wir ein Jagdmesser? Ja, unbedingt. Echt? Ja, warum nicht? Weil das ist nochmal besser als unser Knochen-Scheiß-Ding da. Okay. Dann stell ich dir ein Jagdmesser her, wenn du möchtest. Also, möchtest du ein Jagdmesser? Ich möchte ein Jagdmesser. Dann stell ich mir auch gleich eins her. Und dann gehen wir Quest abgeben. Ja, können wir jetzt schon machen. Ich hab's ja mal in dem Paar. Welche machen wir als erstes? Ähm. Achso, warte mal. Ich muss mein Inventar kurz leeren, sonst hab ich das gleich wieder voll. Ich hab hier doch grad jemand gehört. Eine Zugbrücke. Kannst du eine Zugbrücke bauen? Keine Ahnung. Zugbrücke. Mit einer Werkbank. Eine verstärkte Zugbrücke. Okay, dann brauchen wir eine Werkbank. So, ich hab jetzt Säubern ausgewählt. Weil es ist noch einen Ticken näher dran als meins. Achso, Essen sollten wir vielleicht mitnehmen. Essen auf jeden Fall. Und dann geht das los. Also, ich nehm Getränke nehm ich mit. Ja, Getränke hab ich schon. Essen bin ich voll. Das reicht, glaub ich. Das schaff ich ohne, ohne Essen. Na ja gut, mit ein, zwei Fleisch. Aber man findet ja auch immer... Ich hab glaub ich was gekocht. Äh, zwei hab ich mir da schon rausgenommen. Aber du hast doch bestimmt mehr als zwei gekocht, oder? Nee, ich hatte nur zwei, weil die kosten fünf. Ach ja. Verdammt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich nehm hier Mais mit. Und zehn Getränke. Und Reparatur-Kids. Das brauchen wir auch. Ich nehm Reparatur... Messing gehört hier nicht. Reparatur-Kids? Alter Schwede. Okay. So, wohin? Welcher als erstes? Ähm, abholen. Äh, Quatsch säubern. Ja, Chef. Ei, Ei. Captain. Ei, Ei, Sir. Ne, Madam. Oh, da ist Eisen. Ja, gönn dir mal. Ist das Eisen? Ne, das ist Stein. Ja, siehste. Ah, so ein Dreck. So. Vogelnester immer schön mitnehmen. Ja, wir brauchen Eier. Also... Ja, ja, eben. Eier. Wir brauchen Eier. Aber jetzt nicht ins Schneegebiet, oder? Äh, keine Ahnung. Du hast die angenommen, glaube ich. Die säubern. Die ist nicht im Schneegebiet, nein. Wir sind kurz davor übrigens. Das ist doch gut. Oder nicht? Ja. Weil ich hab ja alles ausgezogen. Jetzt ist mir nicht mehr warm. Ach so, ja. Ich glaube hier halbnackt durch die Gegend. Aber ich hab jetzt ne Kappe mit mehr Lootglück. Vielleicht finden wir dann endlich mal was fürs Rad. Ja, das wär cool. Dann können wir hier durch die Wiese Fahrrad fahren. Oh, was sind das da unten für Klöße? Sind das Eisenklöße? Klöße? Weil Eisen ist ja echt Mangelware, ne? Wir brauchen ja nachher auch nur die Selbstschutzanlagen. Das ist kein Eisen. Das ist Stein. Ich hau auch mal einmal drauf und dann sieht man es schon. Ne Sniper wär ganz cool zum Jagen. Aber ich glaub das gibt's gar nicht, ne? Ne Sniper? Weiß nicht. Das wär dann so ein Scharfschützengewehr? Das wär natürlich ein richtiges... Ah, wer kommt denn hier angelaufen? Hau drauf. Den kennen wir mal wieder, ey. Da ist mir fast mal Schwung, du Stade. Blatt. Knüppelst du den nieder? Ja, natürlich. 674 EP in New York. Ja. Das geht schon, ne? Da ist ein Häschen, den könntest du mal töten jetzt. Wo? Wo, 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 wo? Warte, ich... Guck mal, ob ich da ziehe mit der Shotgun. Ach, da! Verstehen, bleib stehen. Nicht mit der Shotgun. Ich hab keinen Bogen. Dafür ist der Bogen... Auch nicht. Hast du ihn? Ne. Glaub nicht. Ach, durchs Wasser ist er durch. Wo ist es? Wo ist es? Okay, ich muss erstmal schwimmen. Schwimm mal. Ich dachte, ich hab hier. Ist mir kalt eigentlich. Ich hab Eisen. Eisen? Abbau. Du fängst den Hase. Ja, super. Na ja. Ich kann mein Speer ja auch werfen, theoretisch. Ja, ja. Kannst du machen. Aber denk dran, ich hab das Jagdmesser zum Abbeenden. Falls du den findest, erwischst. Wie auch immer. Sieht nicht so aus. Ich brauch irgendwas von der Ferne zum Jagen. Mit meiner Schrotflinde treffe ich halt nix. Ach. Schön. Relativ schlecht. Wir sind schon richtig gut vorbereitet. Ja gut, dadurch, dass die Schrotflinde halt so streut, ne? Ja, die ist einfach gut für den Nachhaben, schön im Kopf. Ja. Damit kann man arbeiten. Aber ansonsten ist das relativ trauriges, Unterfangen. Mhm. Warum ist mir jetzt kalt? Ey, ich hab immer, ist mir warm. Jetzt hab ich alles ausgezogen, jetzt ist mir kalt. Schön. Was ist das für ein blödsinniger Charakter? Ich guck gleich mal, ob ich irgendwo was habe. Hitze-resistent oder sowas oder Kälte-resistent. Ja, Kälte-Widerstand oder so. Das ist ja extrem anstrengend. Weil mir geht's gut. Das liegt garantiert an dieser Eisenrüstung. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber dann brauche ich Kälte-Widerstand oder so. Mhm. Oder ich baue mir gleich mal ne richtig dicke Rüstung. Ne richtig dicke. Richtig dicke. Richtig dicken Orschchen. Hehehe. Naja, im Haus wird's ja wohl gleich besser werden, hoffe ich. Denkt man. 140 Meter. Ja, das darf man locker. Locker flockig, würde ich sagen. Locker flockig. Boah, hier mit so nem schönen Beet und so. Hier gibt's bestimmt richtig viele Samen. Dann kann ich ja gleich mal gucken. Ja genau, hol dir mal Samen. Ob ich mir hier nicht ein bisschen was ernten kann. Ja, warum denn nicht? Mais sowieso. Mais ist eigentlich ganz gut, finde ich. Dieser gekochte Mais. Kenn ich eigentlich hier die Räder mit dem Schraubenschlüssel auch? Bringt irgendwie nicht mehr. Ne, schade. Ja, ich hab ordentlich Mais. Mais? Ah. Also ein Maisfeld muss man nutzen und dann kannst du das bei uns anpflanzen. Ne, kann ich ja nicht, weil ich ja noch nicht so weich gespielt habe. Nach. Hier ist ein Auto. Äh, ja. Und hier ist Eis. Das ist wie gerne. Ja, aber ich krieg doch hier auch einen. Ich krieg 27 krieg ich draußen. Und Stein. Geil. Sehr gut. Sehr gut. Ja, da können wir dann danach das Haus noch plündern gegenüber. Dann fang mal an. Gut. Dann, äh, wo ist denn die Quest? Fällt gar nicht auf. Ne, alles gut. Ist ja alles... Ist richtig. Wir sind halt nicht gut. Du kümmerst dich um den, ich mach das Auto weg. Zack. Hey, ich hab keinen... Ja. Mach das mal fach. Hey, da ist doch irgendwo so einer. Oh, noch einer. Ja. Ist er tot? Ja. Der ist tot. Äh, das war Salgon, ne? Ja. Achso, deswegen kommen die alle. Okay. Ja. Auch grad nochmal überlegt, was wir hier überhaupt machen. Wo seid ihr? Oh, hier. Hier sind die. Hier sind wir im Lagerraum. Wo denn? Ah, hinter mir! Ach du lieber Himmel. Hier. Ach du lieber Herr Gesangsverein. Huuu. Schön von hinten in den Schädel. Geil. Oh Leute. Ja. Hehehe. Scheiße. Ich bin da, alles gut. Ich rette dich. Boah. Ja, sehr, sehr unerfahren. Da hast du aber recht. Deshalb ist das auch nicht schlimm. Sag das ruhig. Wir wissen das ja, dass wir schlecht sind. Was? Wie kannst du sowas behaupten? Naja, wir sind halt noch nicht gut. So. Äh. Willst du behaupten, wir sind gut? Ich würde soweit gehen. Wir haben dieses Spiel nicht verstanden. Hehehe. Aber, äh, guck mal. Mit Folie, Blutspritzer fällt der hier runter. Das hättest du mal sehen müssen. Ich hab hier so einen Todestanz auf dem Donnerbalken. Todestanz auf dem Donnerbalken. Das klingt gut. Hier ist eine zerstörte Wertbank. Was hab ich gefunden? Jawohl. Radkappenmine. Cool. Ja. Nice. Ich hab hier auch noch was. Doppelter Mod für Rüstung. Cool. Den kann ich leider nicht anziehen. Schade. So, was war jetzt hier oben? Ich bin fertig. Ich hab hier, ich hab fertig. Ja, aber hier ist doch noch irgendwas. Da ist noch was zum Säubern. Ah, ne. Ich geh noch erstmal hoch. Ach, du bist hier oben. Ups. Ey. Oh, ne. Mit deiner Weihnachtsmannmütze. Ja, ist voll niedrig. Raptor Claws. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ja, und lässt den Munitionshaufen liegen. Der geht mir so richtig auf den Senkel, ey. Wer, der Raptor Claws? Ja. Ein bisschen. Ho, ho, ho. Warum lässt du die Munitionshaufen liegen? Warum nicht? Und die Kiste hier. Hab ich nicht gesehen. Die Kiste hab ich geplündert. Das ist die... Ne, die zum Kaputtmachen. Ach so, die hab ich nicht gesehen. Ja, ja, du hast hier alles eigentlich stehen lassen. Ja, ich hab gedacht, wenn du eh schon hochkommst, dann mach du doch auch mal was. Fort Bytes. Was ist das denn? Wir erhöhen den Schadenswiderstand enorm. Ein Furt-Spike? Nein. Fort Bytes. Ach so. Aber irgendwie ist Säubern noch nicht. Irgendwo ist unten noch jemand wo nicht. Ne, irgendwo ist noch einer da hinten. Ich seh ihn. Ich hab ihn im Visier. Ja, ich hab auch den Punkt davon. Ich werd jetzt nicht... Ah, das ist hier so ein dickes Schwein. Cool. Okay, warte. Warte. Ja, warte. Ich mach mit. Ha! Das war jetzt einfach, oder? Das war einfach. Guck mal, der hat keinen Kopf mehr. Ach cool, warte. Ich hab... Jetzt hat er zwei Ausgänge. Ja, alles gut. Ach so, ich hab noch ein Jagdmesser für dich, ne? Soll ich mitmachen? Warte, warte. Hier, 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 hier. Gab das jetzt Fleisch ordentlich? Ja, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, na... Besser wird's nicht. Wo müssen wir denn jetzt? Rede mit Händler. Ne, nächste Quest annehmen. Ja, nächste... Ah, wir haben ja noch eine. Ich hab doch eine angenommen. Die müssen wir abholen. 900 Meter. Das ist... Wo ist das? Da drüben. Ganz am anderen Ende der Heide. Ja, komisch, ne? Aber nicht Richtung Schnee, oder? Bei mir ist schon wieder so heiß, ey. Ja, na... Ich hab nix an. Ich hab nix an. Doch, du hast alles an. Ja, was denn? Eine Brille, die mir Glück bringt. Na ja. Also dieses Spiel, ich geh jetzt ins Wasser. Brauchst du ne Taschenlampe? Nein, ich geh jetzt ins Wasser. Okay. Ich bin bockig. Ich bin bockig, die Kleine geht jetzt erstmal ins Wasser. Hier ist Planschen. Arschbombe! Und... Jetzt rennen! Und... Yeah! Plupp. Das ist ja das Coole an der Community. Das Messer sieht aus, aber das ist ja nur ein Taschenmesser. Ich wollte ein Jagdmesser und nicht so ein Taschenmesser. Das ist es doch. Das hast du mir da gegeben. Dann steht da Jagdmesser. Ja. Ja, aber das ist ja ganz billiger. Oh, hier ist ne Tankstelle. Ne. Ja, plündern. Ja, lass plündern. Wir können natürlich noch ne andere Quest annehmen. Dann haben wir... Ah, hier. Hast du nen Schraubendreher? Ja, natürlich hab ich nen Schraubendreher. Ich hab nicht genug ausgedrückt. Der geht mir nicht auf den Zink. Ne. Ach, du hast auch einen? Wo hast du deinen denn her? Ja, hab ich den gefunden. Ja. Äh, ich geh hier mal rein. Ist doch gut. Ja, ja. Ich guck mal, was hier so drin ist. Okay, Freunde. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.